Der einzige Höhepunkt ist im Hochsommer, wenn die Marula-Bäume volle Frucht tragen. Im Anfang schmecken die Marulas herrlich und sind nur sehr schwer zu bekommen. Man muss entweder sehr geschickt oder stark genug sein, um an seinen Anteil heranzukommen. Werden die Marulas überreif und fallen von den Bäumen. Dann kommen alle Tiere an und fressen sich voll an den faulenden Früchten. In ihren Mägen einem sehr starken Gebräu. Und auf dem Heimweg geht's dann los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020